Kannst du dir da ein Pro... Wie ein Profi! Bist du schon? Alter Hirschl, du hast vorher kein Öl dazugegeben. Schau wie du sagst! Wenn du zu fett bist, vergiss es nie! Mag dir einen Wursch, Alter! Ich sag dir ehrlich, hab ich erst Profi am Koch Hirschl. Es ist arg, aber... Hirschl am Start! Wie ein Profi! Bist... Alter! Willst du dich spritzen, oder was? Koch, Alter! Kein Stockertipp für die Österreicher. Wie kommt man am besten? Wie sieht man das? Die Würstchen sind perfekt mit Zucker eingeschmiert.